Ja, herzlich willkommen zum heutigen Call, 20 Uhr. Wir haben das jeden Montag um 20 Uhr, den Team-Call, wo wir einfach zu unterschiedlichen Themen uns treffen, uns austauschen, dazulernen, profitieren. Das heutige Thema ist, warum oder wofür hättest du gerne Gesundheit, Zeit und Geld? Jetzt seid ihr heute mal dran. Die letzten Wochen habe ich sehr viel erzählt. Wir haben Team-Meetings aufgenommen, die, glaube ich, für jeden sehr wertvoll sind, auch für die Duplikation. Aber warum seid ihr heute überhaupt im Call? Wofür hättet ihr gerne mehr Zeit, mehr Geld, mehr Gesundheit? Wer möchte sich melden? Also keiner will Gesundheit, keiner Zeit, keiner Geld. Andere Frage, warum seid ihr heute da? Ja, ich möchte mich melden. Susi. Susi, hallo, servus. Servus. Da war es heute noch eine Dame, die hat auch gesagt, ich habe das dann schon nicht überhört. Ich weiß es nicht, wie sie heißt. Also warum möchte ich Gesundheit, Geld? Erstens mal, wenn ich gesund bin, dann kann ich besser leben, dann fühle ich mich wohler und kann auch mehr Spaß haben und Freunde besuchen und leben und einfach reisen, was auch immer. Warum möchte ich mehr Geld haben? Eben, um mir meine Freiheit zu ermöglichen und der ich schon seit vielen langen Jahren träume und ständig in einem Hamsterrad mich noch ein zu bewege, aber eigentlich frei sein. Finanzielle Freiheit, das heißt Reichtum in allen Lebensbereichen. Nicht nur Geld, sondern auch Freunde treffen, Familie treffen, unterwegs sein, reisen, mir Klamotten kaufen, auf die ich gerade Bock habe und Menschen helfen, die das nicht haben. Und dass es mir Menschen helfen, die das nicht haben, habe ich ein großes Projekt geplant und dafür brauche ich sehr viel Geld. Sehr, sehr, sehr viel Geld. Und das ist der Grund, warum ich das machen möchte. Susanna, wie viel Geld im Monat würdest du benötigen, um dein ideales Leben leben zu können? Für mich alleine? Mit 10.000 würde ich mal schon sehr gut leben können im Monat. Okay. Soll es Traum bleiben oder Wirklichkeit werden? Na, Wirklichkeit. Okay. Bis wann? Am besten heute. Heute werden wir es nicht mehr schaffen. Aber ich glaube, das ist so wichtig, zu definieren, was hätte ich gerne? Wie viel kostet alles das, was ich gerne hätte? Auch wirklich aufgeschrieben. Und dann, bis wann hätte ich es gerne? Man schreibt sich die drei Fragen wirklich auf. Die machen entscheidend was aus, ob ihr erfolgreich werdet oder nicht. Die meisten sagen, ich hätte gern all das, das schöne Gewand, das schöne Haus und ich hätte gern irgendwas, aber Sie sagen nicht bis wann. Warum? 2023. Bitte? 2023. Okay, das ist ein sehr dehnbarer Begriff, nämlich 365 Tage dehnbar. Ich weiß, aber wir haben schon mehr. Wenn es geht, dann würde ich natürlich im Mai schon gern das Geld haben. Okay. Du hättest gern ab Mai 10.000 Euro im Monat. Ja. Und jetzt kannst du deinen Kalender dann jeden Tag schauen und ob du dir auch die Chance dafür gibst. Welche Aktivitäten sind da drinnen, die dich Richtung 10.000 Euro im Monat bringen könnten? Okay, mache ich. Ich glaube, das ist so wichtig, zu sagen, was hätte ich gerne? Ganz klar. Ganz klar definiert, was hätte ich gerne? Zweite Sache, was kostet das alles? Dritte Sache, bis wann? Hätte ich es gerne? Klar definiert. Klar definiert auch bis wann? Und dann gehört dazu, habe ich überhaupt jeden Tag die Aktivitäten im Kalender? Das ist wie bei unseren Abnehmprodukten. Wenn du sagst, ich will 10 Kilo abnehmen bis zum so und so vielten, klares Ziel. Und dann brauchst du nicht den Kalender schauen, dann musst du den ganzen Tag auf deinen Teller schauen. Was ist da drauf? Und dann musst du auch schauen, okay, wie oft gehst du zum Eiskasten? Dann musst du auch schauen, okay, mache ich meine Cleanstays jede Woche? Meine Reinigungstage? Trinke ich auch den einen oder anderen Check? Gehe ich vielleicht auch spazieren, Wochen, irgendwas, mache ich Bewegung? Wenn die Dinge dann nicht jeden Tag irgendwo oder in der Woche stattfinden, dann ist es zwar ein Vorhaben gewesen, ich will abnehmen, es kann sein, dass du sieben Kilo mehr hast in den nächsten drei Monaten statt weniger. Und genauso ist es auch beim Finanziellen. Wer möchte noch sein Beispiel vielleicht sagen? Welche Ziele, Visionen, warum und wofür hättest du gerne mehr Gesundheit, mehr Zeit und mehr Geld? Ich habe dazu schon eine Meinung. Also mehr Zeit will ja jeder haben. Also in erster Linie, um das Leben halt so zu gestalten, wie man es gerne hätte und die Dinge zu tun, die einem wichtig sind. Oftmals nimmt halt vom täglichen Ablauf oder vom wöchentlichen oder vom jährlichen Ablauf, nehmen viele Dinge Zeit einfach weg, die man halt nicht so gerne tut, aber die man halt im Moment glaubt, tun zu müssen oder von dem andere erwarten, dass man es tut und so weiter und so fort. Und irgendwie bleibt dann am langen Ende das Zeitbudget, das übrig bleibt, um die Dinge dann tatsächlich zu tun, zu einem Freude bereiten, nicht zu viel über. Und das ist halt schade, weil das Leben ist halt beschränkt. Jeder hat da unterschiedliche Chancen. Und das Blöde ist halt, man weiß es halt nicht, wie lange das Leben wirklich dauert. Insofern ist jeder Tag auch ganz besonders wichtig, weil es könnte ja möglicherweise der Letzte sein, wenn man es pessimistisch betrachtet. Aber wenn man es positiver betrachtet, hat man natürlich in der Regel recht viel Zeit. Aber man kann natürlich nie früh genug damit beginnen, die Tage zu nutzen, weil man eben nicht weiß, wie viel man davon hat. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich verschiedenste Aktivitäten, die einen Freude bereiten. Die Hobbys sind sehr mannigfaltig, die können günstig sein, können teurer sein. Sicherlich, wenn man jetzt sehr große Vorstellungen hat von seiner Zukunft oder sehr teure Vorstellungen, dann wird der Plan dorthin vielleicht etwas intensiver zu gestalten sein oder komplexer zu strukturieren sein. Ich fühle mich persönlich eigentlich gar nicht so unglücklich, fühle ich mich nicht. Aber besser kann es natürlich immer sein. Wenn ich etwas mehr Zeit hätte, zum Beispiel meine geliebten Sportarten auszuüben, mehr Zeit zu haben für die Familie und für die Freunde, das eine oder andere Land zu bereisen, nicht immer wieder so eingehängt zu sein auf einen 7-Tages-Trip oder Wochenendtrip oder 10-Tages-Trip, sondern auch wirklich mal vielleicht die Möglichkeit zu haben, über 3 Monate oder 6 Monate hinzufahren und auch wirklich andere Länder zu erleben, dann wäre das schon etwas sehr Cooles. Dann würde mir das schon sehr gut gefallen. Super. Danke für dein Beispiel. Dein Beispiel ist, glaube ich, ein toller Vergleich auch zu dem, was wir gerade von der Susanna gehört haben, weil sie sagt, sie hätte gern tolle Klamotten und irgendwas und sie würde gerne vielleicht nicht jeden Tag in die Arbeit fahren, sondern ihr Leben auch anders genießen. Und jetzt die Frage, braucht man jetzt 20 Jahre, um vielleicht diese 3.000 Partner aufzubauen oder 4.000 oder 1.000 Partner oder macht man es innerhalb der nächsten 6 Monate? Ich glaube, es ist so wichtig, wenn man es in kurzer Zeit hat, hat man danach längere Zeit ein tolles Leben. Also wenn man es lang aufbaut und vielleicht dann eine kurze Zeit nur mehr, die man vielleicht erleben darf, dass man sich mehr leisten kann als davor. Darum, wie bei einem Flugzeug, was macht das Flugzeug beim Start? Es macht einmal Vollgas, dass es in die Luft kommt. Wenn es einmal oben ist, braucht es relativ wenig Kraft, um mehr an Höhe zu gewinnen. Es ist nur beim Aufsteigen kurze Zeit. Oder wenn du ein Auto anschiebst, ja, am Anfang ist es schwierig. Wenn es einmal rollt, wird es immer leichter. Das heißt, es ist nur dieser Anfangswiderstand, der vorhanden ist, wenn man den überbrückt hat, wie beim Flieger. Wenn er mal in der Luft ist, braucht er relativ wenig Sprit, um weiterzufliegen. Und genauso ist es beim Network Marketing. Und das, was du jetzt angesprochen hast, das ist wieder sehr überzeugend, unser System, dieses binäre System. Weil warum? Wir schreiben ja die Leute nicht nebeneinander ein, wo jeder für sich arbeitet, sondern wir schreiben die Leute untereinander ein. Jetzt hast du vielleicht nur sieben Stunden Zeit oder nur zehn Stunden Zeit. Rechnen wir es mit zehn Stunden die Woche Zeit. Und du sagst, wie kann ich mit zehn Stunden etwas Großes aufbauen? Du bringst zehn Leute ins Team, die sich auch zehn Stunden Zeit nehmen. Dann hast du deine zehn Stunden plus zehn Leute, die auch zehn Stunden sich Zeit nehmen, sind hundert Stunden. Das heißt, mit deinen zehn Stunden sind hundertzehn Stunden auf einmal die Woche an Produktivität vorhanden. Und jetzt schreiben die zehn Leute auch zehn ein. Du hast hundert Leute im Team und jeder von den hundert macht zehn Stunden in der Woche. Sind es tausend Stunden. Obwohl du nur 168 Stunden in der Woche zur Verfügung hättest, weil mehr hat die Woche nicht, 168 Stunden hast du auf einmal tausend und zehn Stunden Produktivität. Obwohl du nur zehn Stunden die Woche investiert hast, aber dupliziert hast. Und das bringt die Freiheit, dass irgendwann durch dieses Team, wo vielleicht jeder wieder ein paar ins Team bringt, die nur zehn Stunden investieren, so viel an Zeitvolumen da ist, dass natürlich auch dementsprechende Umsätze entstehen. Und du wirst erleben, dass du dann, so wie es ich im Sommer sehr viel mache, einfach von zwölf bis 15 Uhr am Fahrrad sitzt, weil da halt einfach die schönste Zeit ist. Früher habe ich den Sport am Abend gemacht, wenn es dunkel ist, wie ich noch nicht im Network war. Und jetzt darf ich diese Sachen auch untertags machen, wenn die Sonne scheint. Oder schwimmen oder laufen oder sonst. Oder zu der Zeit, wo du dich dafür entscheidest. Das Tolle ist, wenn es einmal oben ist, das Flugzeug, dann hast du 365 Tage Sonntag und entscheidest, an manchen Tagen halt zu arbeiten. Das heißt, das Leben verändert sich total. Und du kannst dann natürlich auch, wenn Zeit und Geld da ist, entscheiden, wann du auf Urlaub fährst. Ich mache so, jetzt derzeit gerade, so einen Urlaub pro Monat. Zwei Grad auf Bali, zehn Tage im Jänner. Jetzt fahren wir gerade Skifahren in Südtirol, sieben Tage. Jetzt fliegen wir am 23. März nach New York, neun Tage, meine Frau und ich und eine Tochter. Dann sind wir, und die zweite Tochter kommt auch hin noch, die besucht uns dann dort in New York, die fliegt am nächsten Tag hin. Und dann haben wir, ja, Salfelden mit Wellness, wo wir auch ein bisschen verlängern. Und dann geht es erst in den Sommer so richtig rein, wo dann halt auch noch Sachen kommen werden, die uns Spaß machen. Aber das Schöne ist, ich muss kein Chef fragen, ich kann, wir können es uns einteilen, sogar nach dem, wie das Wetter ist. Wenn wir sagen, okay, da ist Wetter nicht schön, dann machen wir halt da nicht den Radurlaub, sondern wir machen es halt eine Woche später oder zwei Wochen später, wenn das Wetter dann wieder passt. Diese Freiheit bringt das Geschäft doch zusätzlich mit. Das heißt, ja, zeitliche Freiheit total, wie es bei dir jetzt der Fall war. Die finanzielle Freiheit, wie wir es bei der Susanna gerade gehört haben, auch ja. Aber auch da wieder, möchte ich mehr Stunden Produktivität haben, bin ich bereit, in meinen Kalender einzutragen, in diesen zehn Stunden wirklich produktiv voranzugehen, um ein Team aufzubauen und nicht die Vitamine auswendig zu lernen, die auf den Verpackungen stehen. Sondern umso größer das Team, umso größer der Scheck und umso größer die Freiheit im Laufe der Zeit, aber besser früher als später, da bin ich ganz bei dir. Danke für deine Wortmeldung, super. Wer möchte noch seine Sache kundtun? Es ist immer toll, wenn man ein Ziel hat und es ausspricht, dann hat man sich mehr committed, als wenn man sagt, na, ich nehme mir was vor und ich habe da, weißt du, meine Zielkarte irgendwo und da steht halt drauf irgendwas, also so ist meine Zielkarte zum Beispiel. I believe, I receive, I'm ready to receive more than 100.000 euros each month income. Das heißt, irgendwie auch es zu kommunizieren dann, es zu zeigen ganz einfach, ja, 100.000 im Monat, ganz klares kurzfristiges Ziel. Mittelfristig die Millionen im Monat. Aber es ist und langfristig noch deutlich mehr. Es gibt keine Grenzen in unserem Vergütungsplan. Und das ist das Tolle. Das heißt, es auch zu kommunizieren und zu sagen, so und dafür bin ich bereit, jeden Tag x, y Stunden zu investieren, um dann mit Zinsen deutlich mehr Zeit zu haben als vorher. Ich investiere jeden Tag eine Stunde und kriege irgendwann dafür 24 Stunden, die komplett zur Verfügung stehen, die ich nutzen kann, wie ich möchte. Das ist eine Top-Verzinsung, auch von der Zeit her. Wer möchte noch etwas sagen oder sein Beispiel sagen? Ich kann es auch mal versuchen. Ja, bitte. Ich bin jetzt ganz frisch in der Aktivität und kann auch nicht einschätzen, ob das wirklich realistisch ist. Aber ich habe mir das einfach mal vorgenommen, Ende des Jahres. Und ich gehe jetzt weniger über Geld oder irgendwas, sondern ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg liegt im Team und in der Duplikation. Und deswegen ist mein Ziel 1.000 Teampartner oder Kunden und davon zwei Exekutives. Super. Lass dich super runterbrechen. Wenn du 1.000 Partner hast, verdienst du auch gutes Geld. Die Zeit dupliziert sich so und so im Team. Du wirst auch Geld verdienen, wenn du mal auf Urlaub bist, weil ja andere Leute da sind, die auch Ziele irgendwo haben und dadurch auch vorangehen und nicht dann warten, bis der Peter wieder vom Urlaub nach Hause kommt, sondern denen ist es völlig egal, ob der Peter auf Urlaub ist oder nicht. Die wollen vielleicht selbst auch 1.000 Leute haben. Und wenn er zwei Exekutives hat, die jeweils auch 1.000 Leute haben wollen, dann wird er irgendwann noch einmal 2.000 zusätzlich zu seinen 1.000 haben. Dann wird er irgendwann 3.000 haben und irgendwann 5.000 und 10.000 Leute. Super, Peter. Dankeschön. Das ist alles realistisch bis Ende des Jahres. Gar kein Thema. Im Endeffekt brauchst du nur 10 gute Leute. Wenn 10 Leute nur 10 bringen, wie viel hast du dann? 100. Und wenn 100 Leute nur 10 bringen, also eine weitere Duplikation, hast du die 1.000. Klar, bei den 100, die du hast, wird nicht jeder 10 bringen. Manche werden 0 bringen, aber andere werden dafür 20 bringen. Ist im Schnitt wieder 10 pro Person. Es gibt Leute, die schreiben jeden Tag jemanden ein und machen sogar im Monat 30. Ein anderer macht nichts. Wenn man nur die zwei hernimmt, ist im Schnitt 15 Personen pro Person in dem Monat. Wenn du nur die zwei hernimmst. Also man kann nicht immer den Durchschnitt rechnen. Einer macht viel, einer macht nichts. Im Gesamten ist es gut. Super, danke bitte. So, drei haben wir schon gehabt. Wer möchte noch sich reinfühlen in seine Vision, in seine Ziele, in seine baldige Gegenwart? Sagen wir es so, weil Zukunft braucht man da jetzt sagen, baldige Gegenwart. Also ich würde auch gerne was dazu sagen. Sehr gerne. Ich kann jetzt leider nicht auf Video gehen, weil ich komme gerade aus dem Auto. Deswegen bin ich auch nur so connected. Der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, jetzt endgültig, das hat eine Weile gedauert. Aber ja, und ich bin auch sehr überzeugt, dass das funktioniert, ist, dass wir schon länger planen, mit dem Wohnmobil die Panamericana runterzufahren. Und das ein, zwei Jahre oder je nachdem, wie es uns gefällt. Und ich habe eh schon eine Arbeit, die ich aus der Ferne machen kann. Also ich bin Coach und mache eben Videocalls. Und damit kommt mir aber nicht genug Geld rein. Also ich hätte gerne ein anderes Einkommen. Und da bin ich jetzt dran. Und da man das von überall her, wo man Internet hat, arbeiten kann und ein Telefon, ist das genial. Danke, Birgit, dass du dich meldest. Birgit, wie lange hast du deinen Start, das Ganze zu erleben, jetzt aufgeschoben schon? Also ich habe vor zwei Jahren angefangen, die Produkte zu probieren. Und ich bin jemand, ich kann erst weiterempfehlen, wenn ich wirklich davon richtig überzeugt bin. Und ich hatte jede Menge Zweifel, das weißt du auch, Gerhard. Also auch an dem Geschäft und dass das funktioniert. Und ich habe auch entsprechende Leute gekriegt, die dann noch mehr Zweifel brachten. Aber mittlerweile sind meine Zweifel komplett ausgeräumt. Und ich weiß im Moment auch nicht, wer mir ein Argument bringen könnte, warum das nicht funktionieren soll. Das ging früher nicht so. Also da habe ich jetzt viel dazugelernt. Ich bin nämlich auf zwei Schienen tätig. Einmal deutschsprachig und einmal spanischsprachig. Weil ich lebe ja auf La Palma, auf den Kanarischen Inseln. Und wir haben es hier auch gar nicht leicht, unsere Waren herzukriegen. Weil das ist ein ganz komisches Geschäft hier. Jetzt extra Zeug. Ja, es gibt extra Zoll, komischerweise, obwohl wir ja weniger Mehrwertsteuer zahlen. Also das ist ein politisches Thema. Aber es funktioniert trotzdem. Und es funktioniert auch. Ich habe auch Kunden in Deutschland und ich habe Kunden auf La Palma. Und ich habe lang gebraucht. Also ich habe letztes Jahr nochmal gestartet. Ein bisschen, nur ein bisschen. Und dann habe ich mich meine andere Arbeit, habe ich mich wieder von meiner anderen Arbeit überrollen lassen. Und jetzt habe ich mir ganz klare Freiräume geschaffen. Habe gedacht, so, entweder mach ich jetzt oder lass es sein. Weil ich hatte immer ein schlechtes gewesen, dass ich mir da noch angerufen habe. Und da noch, und da habe ich. Und ich habe überall angefangen. Also mit den Leuten zu reden, mit allen. Und auch in Geschäften, in Bioläden, in Apotheken, in Friseursalons und so weiter. Und jetzt hatte ich einen Call vor drei, vier Monaten. Da war ich dabei, im englischen Call. Und da war eine, puh, ich weiß nicht mal mehr, wie sie hieß, die ein Beispiel gebracht hat von wegen, wenn man einen einmal anspricht, schreiben sich ein Prozent ein, beim zweiten mal 20, beim dritten mal 50 und beim fünften mal 80 oder sowas. Die Leute brauchen einfach eine Zeit. Das habe ich nicht verstanden. Und jetzt merke ich, dass alles, was ich schon angefangen habe, dass dann ganz viele Leute jetzt sogar von selber kommen und sagen, ey, du hast doch da mal gesagt mit dem und dem, wie geht es? Ich habe jetzt Interesse. Das ist super. Also es fühlt sich gerade sehr gut an. Birgit, wann haben wir gestern telefoniert? Wie spät war es ungefähr? Puh, also bei mir war es, glaube ich, neun. Bei dir, glaube ich, zehn. Ja, bei mir war es, glaube ich, 22 Uhr. Ja, genau. Du hast gesagt, oh, du hast jetzt eine und die will gleich wieder vier Leute einschreiben. Genau. Du hast ganz anders gewirkt. Du hast, da hat man einfach eine Explosion in der Stimme und in der Laune, gerade in der Laune hat man auch die Explosion gespürt. Eine Veränderung in den zwei Jahren. Hut ab. Da hat man echt gut getan, auch gestern Abend mit dir dann nochmal um 22 Uhr zu telefonieren und einfach zu hören, auf welchem Weg du jetzt bist. Also Gratulation komplett. Ja, danke, danke auch für deine stetige Unterstützung und deine geduldige Art und deine Erklärungen immer wieder und immer wieder. Super, Gerhard. Und ihr macht das echt toll, gell, mit diesen ganzen Calls. Ich kann an vielen teilnehmen. Ich höre mir viele hinterher an. Ich bin ganz viel im Auto unterwegs. Da habe ich immer eine gute Möglichkeit, das anzuhören. Und es ist alles super hilfreich, echt. Und alles gratis. Das ist unglaublich. Wir machen die Coachings gratis. Wir verlangen keine 10.000 Euro oder sonst was pro Teilnehmer. Wir wollen, dass Menschen die Kraft kommen. Ich glaube, das ist auch so wichtig. Und ich hoffe, dass jeder von euch das auch irgendwann dupliziert und nicht sagt, so, jetzt bin ich super Networker. Jetzt verlange ich da 50.000 für irgendeinen Call. Und jeder zahlt 1.000, der dabei sein will oder sonst was. Gebt es weiter. Ich glaube, wir können damit auch etwas duplizieren, wo wir wirklich was bewegen können in der Welt. Aber ich möchte vielleicht auf die Birgit noch einmal kurz eingehen, weil manche ja sagen, ich habe es so schwer. Ich weiß nicht, wen ich kontaktieren soll. Wie die Birgit begonnen hat, ja, auf La Beina, war gerade der Vulkan aktiv. Sie hat nicht Schnee geschaufelt, sie hat Staub geschaufelt. Jeden Tag. Man kann sich das nicht vorstellen, dass man das da geschaufelt hat und einbricht, weil Staub oben liegt und nicht, weil Schnee oben liegt. Du rettest deine Gebäude, indem du den Staub runter, also die Asche runterschaufelst. Genau, genau, die in Sandform ist, genau, ja. Und wenn es dann noch draufregnet, kannst du vorstellen, da bleibt kein Gebäude über. Das werden Tonnen, ja. Da muss jeder ständig schaufeln, ständig. So, dann, darf ich jetzt tatsächlich noch eine Frage stellen? Ja. Ich würde mal fragen, wenn du jetzt sagst, du hast inzwischen jetzt eine andere Einstellung gewonnen, da führt es dann auch aus deiner Sicht dazu, dass du andere Leute anziehst, die vielleicht auch eine andere Einstellung haben, oder? Ja, 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 definitiv, definitiv. Logisch, was man ausstrahlt, zieht man an. Am Anfang habe ich nur Leute angezogen mit, Pyramidensystem, da verdient nur einer was. Und ich kenne das von meinen Eltern und lauter solche Sachen. Und jetzt hat es Leute, die sagen, was, ja, ja, aber das ist so teuer. Und dann sage ich eben, und die Leute wollen sich das nicht mehr leisten. Dann sage ich, genau das ist ein Grund, die Leute anzusprechen, dass sie sich nicht nur das Produkt leisten können, sondern auch noch Geld damit verdienen können. Das ist genau der Punkt. Also, und seitdem funktioniert das. Es funktioniert super. Wenn ich noch mehr Zeit hätte, wird noch mehr funktionieren. Ich bin noch am Abarbeiten, aber ich schaffe mir mehr und mehr Zeit dafür. Cool, danke. Danke für die Frage. Gerne. Aber ich möchte es trotzdem noch mehr auskosten. Ich sehe, da sind zwei Hände oben. Ich nehme euch nachher gleich dran. Werner, Erina, Natascha, gleich. Es geht darum, dass ich noch mal sagen muss, viele glauben, sie haben wirklich keine Zeit, sie haben Stress, sie haben vielleicht Schulden, irgendwas. Die hatten dort keine Existenz mehr auf dieser Insel. Keinen Tourismus wegen einem Vulkan. Da ist das Corona gleichzeitig, alles drum und dran völlig egal. Aber weißt du, diese Situation. Dann, es gibt das Problem, dass auf diesen kanadischen Inseln eigene, das ist zwar alles Spanien, aber gehört nicht zu Spanien wirklich dazu. Sie haben ein eigenes Zollsystem. Du musst, wenn du hinlieferst, extra Zoll zahlen. Darum hat Isaac Jennings gesagt, aufs Festland Spanien ja, aber nicht auf die Kanaden. Sie haben selbst organisiert, dass sie dann die Produkte dorthin bekommen. Und ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren mit der Birgit, es waren oft Gespräche, wo innerhalb einer halben Stunde fast kein positiver Satz von ihr war. Stimmt. Wirklich, fast kein positiver Satz. Und ich habe auch trotzdem irgendwie gespürt, die Frau ist eine Geschäftsfrau. Die hat Zimmer vermietet und selbst Häuser dort, aber sie kann nichts vermieten. Aber sie ist innerlich eine Geschäftsfrau, die natürlich nicht nur die Asche auf dem Dach hat, sondern im Kopf überall sind nur Schulden oder andere Dinge vorhanden. Aber die wird irgendwann eine Granate. Es hat zwei Jahre jetzt gedauert, wo wir regelmäßig gehört haben, wo aus dem Negativen auf einmal ins Positive geht, das, was ihr wahres Ich ist, rausgeholt und jetzt wird sie zur richtigen Granate und ich kriege Gänsehaut dabei. Und das ist etwas, warum ich Network Marketing mache. Ja, ich finde es toll, echt. Und es ist auch mein Ziel, Gerhard, Leuten, die sonst nicht hinkriegen, denen, die zu unterstützen und ihnen den Weg zu zeigen dafür. Das finde ich ganz toll, dass man Leuten eine Lebensmöglichkeit geben kann, also ein Einkommen, das sonst einfach nicht möglich ist. Und es gibt genug Leute, die fähig dazu sind, wenn man ihnen ein bisschen den Weg zeigt. Das ist toll. Ich finde es toll. Danke, Birgit. Danke für die Wortmeldung. Ich glaube, ich habe jedem gut getan, weil jeder glaubt, er ist arm dran. Aber du hast genau gezeigt, dass es es wert ist, aufzustehen und man auch ein Business woanders machen kann, vielleicht, wenn es auf der eigenen Insel gerade nicht geht, und jetzt bist du total im Flow. Und wie es Peter gesagt hat, wenn du deine Frequenz und deine Energie änderst, dann wird sich auch die Energie in deinem Umfeld ändern und du wirst ganz andere Menschen anziehen und du wirst dich wundern, okay, wo sind die Jammerer? Die sind nämlich irgendwann nicht mehr da. Genau. Du ziehst das an, was man selbst denkt. Dankeschön. Genau, genau. Jetzt war, glaube ich, da Werner, dann war die Natascha, aber Werner, glaube ich, du warst vorher mit der Hand oben. Willst du uns deine Sieg holen? Ladies first. Ladies first. Okay, Irene, Natascha, könnt ihr vielleicht auch die Kamera einschalten? Das wäre super. Leider nicht. Wir haben da ein kleines technisches Problem, aber wir hätten ein paar Fragen dennoch. Also die Natascha fängt an. Hallo, lieber Gerhard. Hallo, Natascha. Hallo. Also ich habe auch, ich bin seit kurzem erst dabei und ich starte dadurch. Es ist ein bisschen schwer. Ich habe auch verschiedene Antworten bekommen. Ein paar, ja, Pyramidensysteme, ein paar, ja, zu teuer, ein paar haben gleich gesagt, wow, super, ich mache mit. Also verschiedene Meinungen, was ich auch erwartet habe. Das kann ich nicht sagen, dass ich es nicht erwartet habe, das habe ich eh erwartet. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich probiere es weiter. Ich versuche es. Ich habe gesagt, ich gebe jetzt meine ganze Kraft, was ich habe, da rein, stecke ich da rein und probiere es weiterhin. Und ich hoffe, es klappt. Es funktioniert. Und jetzt habe ich auch eine, ich hoffe, es passt. Eine Freundin von mir, die würde auch gerne das machen und einsteigen. Aber sie hätte ein paar Fragen, Gerhard. Kann sie dir jetzt diese Fragen stellen? Ich glaube, dass man diese Fragen vielleicht, weil es jetzt zum heutigen Thema vielleicht nicht passt, machen wir bitte gleich danach nach diesem Call. Ruf ich dich an, dann macht man einen Termin aus. Oder vielleicht ist die Irina dann noch bei dir um 20.45 Uhr, dann beantworte ich ihr ganz persönlich alle diese Fragen. Super, super, perfekt. Dann hören wir weiter. 20.45 Uhr nach diesem Call. Man muss dazu sagen, ich war bei der Natascha zu Hause mit meiner Frau am Freitag und sie hat sechs Freundinnen eingeladen gehabt und wir haben alle sechs Leute registriert. Also Gratulation, Natascha, auch an dein Umfeld. Sie waren kritisch am Anfang, im Endeffekt haben alle sechs gesagt, wir machen das jetzt wirklich groß und wir haben am nächsten Freitag die nächste Party. Aber wir machen nicht eine Produktparty, wir machen eine Businessparty. Wir hatten auch diesmal 90% über das Geschäft, 80% über Geschäft gesprochen und 20% über Produkte und alle haben sich registriert. Also Natascha, Gratulation, ich freue mich, dass ich dich dann um 20.45 Uhr nochmal anrufen darf. Danke, Gerhard. Ich freue mich auch schon sehr. Super, spitze. Werner, die Natascha ist in deinem Team, du weißt das noch nicht, aber jetzt zieht sie dich vielleicht auch das erste Mal so. Du wolltest dich auch melden, und was sind so deine Ziele? Warum Zeit? Warum Geld? Warum Gesundheit? Ich möchte mich gleich mal bedanken, wie gesagt, jetzt ist es wieder so ähnlich gewesen. Jetzt geht es mir besser. Jetzt geht es besser, gell? Gut, jetzt war es einfach so, das mit der Asche auf dem Tach, ich habe die Asche auch in verschiedensten Lebensbereichen gehabt. Und ich habe einfach die riesengroße Chance gehabt, durch den Gerhard, beziehungsweise Martina, durch das ganze Team, dass ich einfach sozusagen ein anderer Netwerker werden habe dürfen. Wie gesagt, mittlerweile ist es auch so, dass sich da sehr viel verändert hat als solches. Und was einfach die Hauptgeschichte ist, einfach das, dass du da nicht immer nur hätte ich, hätte ich, wäre ich, könnte ich irgendwas verändern, sondern einfach, wie redet man mit sich selber? Wie tut man das selber umsetzen? Was macht man jetzt dann? Ist das das was, was einen selber weiterbringt? Ich habe heute zum Beispiel auch wieder so einen ähnlichen Spruch, was der Gerhard hat, wieder ausgegraben, Wann höre ich endlich auf, Ausreden zu finden, warum ich nicht erfolgreich sein kann und handle endlich? Das heißt, das ist einfach ein geiler Spruch, als solches du da hast. Es ist schon in der Gruppe drinnen, als solches, kann man gerne haben. Das heißt, man braucht irgendeinen Satz, warum man irgendwas tun will. Und in der Steiermark haben wir immer gesagt, Zawos. Was heißt denn nicht Zawos? Das kann keiner übersetzen, weil es die abhörsichere Sprache ist. Warum bewege ich was? Warum will ich irgendwas tun? Warum stehe ich auf? Warum gehe ich liegen? Warum mache ich was? Und ich möchte euch ein Beispiel sagen, was jetzt in der Downline passiert ist. Eine alleinerziehende, frisch geschiedene Mutter verdient 600 Euro, hat zwei Kinder, hat eigentlich null Perspektive. und wenn sie zu dem Chef geht, sagst du, okay, gut, ich will 600 Euro mehr haben, kann ich ja passieren, dass ihr den Chef ausgeschmeißt. Wir haben allein bei diesem Gespräch wieder in Gerhard dabei gehabt, sprich die vier Minuten, was ist also ein Genix. Und das erklärt der Gerhard, obwohl er nicht dabei ist, genau was zum Tunen ist. Und vor allem, es wird nie mehr diese Diskussion geben, da tut der andere was oder ich muss da nichts tun, ich kann da was verdienen, sondern wenn du das Video einfach vorspielst, ist es also einfach das, was einfach gleich am Anfang Klartext eingesprochen wird. Und umso mehr, dass man am Anfang gleich Klartext eingespricht, oder umso schneller, geht das wirklich Eisergenix ab. Und ich kann euch nur sagen, im April, da gibt es immer, am 1. April gibt es immer so einen April-Scherz. Ich kann euch sagen, Eisergenix hat einen April-Scherz vorbereitet, da wird euch alle die Spucke wegbleiben. Das werdet ihr dann in der Früh fahren, wo es dann gleich herkommt. Manager, haben Sie schon vorher erfahren, ich sage nichts. Liebe Grüße aus Rumänien, weil ich bin auch ganz weit weg, ich bin auch so ähnlich wie unten bei der Insel, wo der Vulkan ausgefahren ist. Ich habe es auch nur über die Ferne zusammengebracht, und die Ferne funktioniert genauso, aber macht es mit euren Kontakten, die ihr in eurem Handy drinnen habt, holt die Hilfe von oben und lasst es auch aus. Oder wie auch immer dieses Viech heißt, dass was weitergeht. Dankeschön, Gerhard, in deinem Team zu sein. Und ganz wichtig ist, du menschelst, da ist ein gescheites Bauchgefühl, da ist ein gescheites Herzgefühl. Und auch, was ganz wichtig ist, was man immer gelernt hat, oder Fokus, auf was konzentrierst du dich, auf was tust du anderen, ist das jetzt wichtig, was bringt dich da weiter. Im Endeffekt lenken uns 0,5%, 1,2%, 3,0%, dann wieder 0,1% lenken uns von dem ab, was wir eigentlich bei uns holen. und wenn ich das einfach wegtue, dass ich sage, okay, gut, was geht mir das an, dann passt das. Und vor allem auch, wenn man was redet, mit dem Gerhard, ja, nein, gut, danke. Das heißt, manchmal braucht man einfach eine gesunde, gesteirische, keine Wartätschen, in Wortweise als solches. Das heißt, dass man einfach sagt, okay, konzentrier dich auf das, was wirklich wichtig ist. Und alle, die mich halt schon länger kennen, tut er, er hat teilweise immer Kraft aus Ducke, aber ohne den war er es ja nicht. Das ist halt der Werner. Liebe Grüße aus Rumänien und danke, dabei zu sein. Danke, Werner. Also das Video, was der Werner, glaube ich, gemeint hat, ist dieses Vier-Minuten-Video, was ich irgendwann aufgenommen habe, wo man sagt, du schreibst zwei ein, dass du Consultant bist und die schreiben jeweils zwei ein, dass du zwei Consultant unter dir hast und hast knapp 450 Euro verdient. In Zukunft wird es noch mehr sein, weil wir kriegen ja im April die Überraschung, was der Werner sagt, wo Eisertschenix uns noch einmal ganz viele Möglichkeiten schenkt, noch mehr zu verdienen von Anfang an. Darum seid es dabei, wenn es geht, am Samstag jetzt am 11. in Wien bei der Veranstaltung in der Pyramide oder am 12. März in Deutschland, in Frankfurt und dann haben wir weitere Veranstaltungen. Holt euch die Information. Eisertschenix hat ein System, das sie jetzt dann rausbringen, was uns noch einmal deutlich mehr Einkommen beschert von Anfang an weg. Also wir helfen jedem, dass er gleich ganz, ganz schön ins Plus kommt, wenn die Person bereit ist. Also das können wir nie übernehmen, die Bereitschaft, können wir nur abholen von unserem Gegenüber und dann die Menschen begleiten. So, ich glaube, da waren jetzt wirklich mehrere Beispiele, wo es um Energie gegangen ist oder ich bin irgendwo auf einer Insel und kann gar nicht, aber wir haben jetzt entschieden, dass es ja doch geht. Wir haben eine Position gehabt, wo es Richtung Geld geht, von der Susanna, wo sie gesagt hat, ich möchte einfach leben und 10.000 im Monat verdienen dafür. Ja, entscheide dich dafür, aber mach auch deinen Plan jeden Tag so, dass es überhaupt reell werden darf oder kann. Und dann haben wir Beispiele gehört, auch wo es um Zeit geht. Ja, auch das bieten wir, also Gesundheit, Zeit, Geld. Wesentliche Dinge, glaube ich, in unserem Leben. Und besser macht es früher und genießt es dann länger, als man lasst sie Zeit und denkt sich dann mit 90 oder vielleicht mit 120 am Sterbebett, warum habe ich es nicht gemacht? Warum habe ich immer noch darüber geredet? Warum habe ich immer wieder Zeit lassen? Warum habe ich alles andere hohe Prioritäten sein lassen, aber das, was wirklich mein Leben verändert, hat keine Priorität bekommen im Alltag? Warum habe ich mir nicht Hilfe geholt? Wir sind für euch auch da, wenn ihr da Fragen habt, aber wir können euch nicht tragen, aber wir begleiten euch. Und das ist das Schöne. Wir können als Team gemeinsam so viel schaffen, darum kommt es auf euch uns zu. Wenn ihr Fragen habt, so wie es jetzt dann mit Irina und Natascha machen werde, da noch die Fragen zu beantworten. Ich sage danke, dass ihr heute im Call dabei wart. Wenn ihr wollt, ich werde das Team dieses Video wieder verteilen, ihr könnt es eurem Team schicken. Vielleicht sagt der eine oder andere, eigentlich weiß ich gar nicht, was mein Warum ist. Und solange ich es nicht weiß, wäre ich wahrscheinlich auch den innerlichen Antrieb nicht zu haben, wofür ich es tue. Denkt auch ihr noch mit dran, warum oder wofür. Schreibt sich die Sachen auf und wenn es das wirklich wert ist, dann steht es auf und geht es los. Danke, dass ihr heute dabei wart. Alles Gute, schönen Abend und bis zum nächsten Mal.